Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Walter Freiwald, sein Leben. Vor kurzem machte er seine Erkrankung öffentlich. Walter Freiwald verliert den Kampf gegen Krebs. Nach 2010 wurde es hart für ihn. Er war als Mr. Teleshopping bekannt. Walter Freiwald, TV-Ikone des Privatfernsehens. Der Mann, der in den 90ern, der Preis ist heiß, an der Seite von Willi Weinfurt zur Kultfigur wurde, er lag im Alter von 65 Jahren einem Krebsleiden. Walter Freiwald ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das wurde auf dem Instagram-Account des TV-Stars bestätigt. Zunächst hatte der TV-Sender RTL berichtet, bei dem Freiwald viele Jahre als Moderator tätig war. Erst vor kurzem hatte Freiwald seine Krebserkrankung selbst auf Twitter öffentlich gemacht. Am 6. November hatte Freiwald dort verkündet, Bevor die Bild oder RTL irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreiten, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Wenige Tage darauf schrieb er noch einmal auf Twitter, Danke euch allen für eure Reaktionen und euer Mitgefühl. Vergesst mich nicht, ihr tut mir gut. Freiwald erlag bereits am Samstag in einem Krankenhaus seinem Krebsleiden. In dieser Woche soll laut RTL die Beisetzung stattfinden. Auch auf Instagram gab es wenig später eine offizielle Bestätigung über den Account des verstorbenen TV-Stars. Wir trauern um Walter Freiwald. Am 16.11.2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann, Familienvater, bleibt unvergessen. Wir bitten höflich darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren und von Interview- und Presseanfragen abzusehen. In den 90er Jahren wurde er an der Seite von Harry Weinfurt bei der Preis ist heiß zur Kultfigur, verkaufte in der TV-Show mit großer Geste und viel Temperament Kühlschränke, Gartenmöbel, die er in den höchsten Tönen anfries. Von 1989 bis 1997 lief die Show. Nach 2010 wurde es hart für ihn. Als seine Frau Annette gegen einen Hirntumor kämpfte, arbeitete er eine Weile nicht, um sich um sie zu kümmern und fand dann zwei Jahre lang nichts Neues. Anfang 2015 zog Freiwald ins RTL-Dschungelcamp. In Deutschlands Quoten stärkster Show wurde ihm die Rolle des bösen Fieslings zugedacht. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich draußen als Krawallalter vermarktet wurde, sagte er in einem Interview. Aus Freiwald wurde frei wild für die Hater im Internet. Seine kranke Frau zu Hause wurde schon während der Sendung beleidigt. Und als Freiwald noch im Camp war, von Paparazzis belagert. Er bekam Morddrohungen und zurück in Deutschland musste er Personenschutz nehmen. Die Fensterscheiben an seinem Haus in Meerbusch bei Düsseldorf waren lange Zeit abgeklebt. Kritiker hielten ihm vor, selbst ausgeteilt und an der Dramaturgie nicht unschuldig gewesen zu sein. Er sagte, ich bin eine Rampensau. Na klar, das Ausmaß des Hasses auf seinem Facebook-Profil und seiner Homepage habe ihn trotzdem entsetzt. Walter gegen den Rest der Welt. Diese perverse Art, das ist gefährlich, was da im Netz passiert, sagte Freiwald. Trotz alledem bereute Freiwald es nicht, im Dschungelcamp gewesen zu sein. Jetzt weiß ich ja, wie es läuft. Ich bin nicht nur stinkig, dass ich es erfunden habe, verriet er in einem Interview. Der gebürtige Ostfriese verriet in seinen Memoarien, dass er eine harte Kindheit mit viel Prügel und wenig Liebe im Ruhrpott hinter sich gebracht hatte. Als langhaariger Jugendlicher war er Außenseiter und flüchtete aus seinem Elternhaus und wurde Opfer eines Sexualverbrechers. Dann schlug Freiwald Stunde als Privatradio-Pionier unter Frank Elstner bei RTL in Luxemburg. Er wohnte damals in einer WG mit Hugo Egon Balder. Helmut Markwort wollte ihn später nach München holen, wo er Moderator von Radio Gong wurde. Freiwald durfte sich dort austoben, verursachte Menschenaufläufe und ein Verkehrschaos, moderierte vor 20.000 Menschen im Olympiapark. Mit der Preis ist heiß schaffte er den Sprung ins Fernsehen, war neun Jahre lang Aufwärmer, Ansänger, Sidekick und Showclown in einer Person. Zweimal, 2010 und 2016, brachte sich der TV-Moderator vergeblich für das höchste Staatsamt ins Spiel. Er würde gerne für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Ich habe mich schon immer für Politik interessiert und fühle mich in der Lage, ein bisschen Politik mitzugestalten, sagte er. Nachdem Freiwalds Erkrankung Anfang des Monats öffentlich wurde, zeigten sich alte Weggefährten erschüttert. Wir waren in den letzten Jahren nicht die besten Freunde, aber diese Nachricht hat mich geschockt und alles relativiert, sagte Harry Weinfurt, dem Sender RTL. Er moderierte mit Freiwald neun Jahre lang die Sendung der Preis ist heiß. Danach hatten die beiden keinen Kontakt mehr zueinander. Als Harry Weinfurt jedoch von der traurigen Nachricht über die Krebsdiagnose hörte, habe er zum Hörer gegriffen. Ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe ihn sofort angerufen, um ihm zu sagen, dass er das nicht verdient. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Sagt mir eure schönsten Erinnerungen an weiter Freiwald und schreibt sie bitte in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.